Fragen haben wir einige. Ich habe mal ein paar zusammengestellt. Wie schaut es eigentlich aus mit einer Unternehmenssteuer, die unsere Betriebe dann auch global wettbewerbsfähig halten? Was ist eigentlich mit einer spürbaren Entlastung der gesellschaftlichen Mitte? Und ganz wichtig, wird die Union eigentlich nach Corona irgendwann wieder mehr Richtung Freiheit schwenken? Der Staat kann und wird nicht alles richten. Wir haben aber so ein bisschen den Eindruck, dass die Koalition das in der letzten Zeit sehr harmonisch verbreitet hat. Und vor allem, wie sollen Entrepreneure mal gefördert werden? Weil Mut zum Risiko, gerade in diesem digitalen Wandel, den wir gerade durchleben, der geht uns Deutschen ja mehr und mehr ab. Und das ist eine Gefahr für unser aller Wohlstand. Und wir werden ja schon, machen wir uns doch nichts vor, wir werden doch schon seit Jahren rechts und links von anderen Staaten überholt und von amerikanischen und asiatischen Hightech-Konzernen vorgeführt. Ersticken wir eigentlich bald in unserer eigenen Bürokratie? Und wir dachten immer, wir sind Weltmeister, wir können alles, wir machen alles perfekt. Von wegen. Corona hat uns knallhart die Grenzen aufgezeigt. Und statt perfekt zu sein, verschanzt sich unser Beamtenstaat dann hinter unzähligen Vorschriften und er verzettelt sich. Und Verantwortung, das kennen wir ja alle, übernimmt sowieso niemand. Das ist klar. Und darunter leidet dann nicht nur die Wirtschaft, Thema zum Beispiel Genehmigungsverfahren, sondern darunter leiden auch die Menschen, die uns vertrauen. Siehe Afghanistan. Und damit wir uns alle mal wieder das Deutschland leisten können, muss, das ist ein ganz simples System, muss die Wirtschaft wachsen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.